So, jetzt erst mal eine kleine Radtour. So, jetzt geht's. Tschau, bis später. So, das war eine schöne Runde. Jetzt wird kurz geduscht. Und dann geht es an die Abendgestaltung. Freue ich mich schon drauf. Puh, also das war heute irgendwie nur so halb erfolgreich. Erst waren wir bei einem Cocktailabend. Das war richtig schön. Und danach wollten wir noch feiern gehen. Das Moscheefest, boah, da war die Schlange echt ziemlich lang. Und wir hatten keinen Bock anzustehen. Dann sind wir in den einen Club. Der war relativ leer. Dann wollten wir in den anderen Club. Und da war es zu. Und dann sind wir alle nach Hause gefahren. Also irgendwie war das heute ein Flop. Aber, naja, solche Tage gibt es ja auch. Mal gucken, wie es beim nächsten Mal wird. Okay, wir sehen uns morgen. Tschau. 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 Untertitelung. BR 2018